Shader werten Minecraft optisch einfach extrem auf. Um sie in deinem Minecraft zu installieren, folge einfach diesem Video hier Schritt für Schritt. Zunächst braucht es die Modifikation Optifine, welche du auch für 1.10 von optifine.net im Downloadbereich herunterladen kannst. Hierfür muss die Werbung übersprungen und der Download nochmals bestätigt werden. Im nächsten Schritt öffnest du nun den heruntergeladenen Installer mit Java, damit der Installationsassistent gestartet wird. In diesem überprüfst du den Minecraft Dateipfad und bestätigst mit Install. Doch Vorsicht! Hierfür muss Minecraft schon mindestens einmal mit der entsprechenden Version gestartet worden sein. Würdest du jetzt Minecraft mit dem entsprechenden Optifine Profil starten, welches du unter Edit Profile und Use Version auswählen kannst, hättest du erfolgreich Optifine installiert. Da Optifine den Shader Mod enthält, braucht es jetzt nur noch Shader Packs, welche im Endeffekt den Shadern ihr Aussehen geben. Sehr verbreitet sind hier die Zeus Shader, welche du dir hier aus dem Minecraft Forum – Link natürlich unten in der Videobeschreibung – kostenlos herunterladen kannst. Um Shader Packs einzufügen, gehe in Minecraft, öffne die Videosettings, gehe auf Shader und klicke auf den Button Open Shader Packs Folder. In diesen müssen nun die heruntergeladenen Shader Packs nur noch per Drag & Drop hineingezogen und im Anschluss in Minecraft aktiviert werden. Ebenfalls möglich ist es nun diese Shader Packs persönlich auf sich anzupassen, in den nächsten Tagen gibt es ein Tutorial dazu, welches dann rechts oben in der Infocard verlinkt ist. Es lohnt sich also ein Abo hier im Tutorial Center für mehr Tutorials aus der Minecraft, Windows und Technik Welt. Vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss und viel Spaß mit Optifine in Kombination mit den Shadern in Minecraft 1.10. 2nd 2nd